Hallo, ich bin Merlin und ich zeige euch heute die neuen Produkte vom Bruder. Ich habe hier den John Deere 7R350 Traktor. Der hat vorne einen Frontlader, den kann man hoch und runter machen. Die Schaufel kann man auf und zu machen. Man kann die Motorhaube und die Türen öffnen. Und man kann ihn durch die Zusatzlenksäule richtig gut lenken. Hinten hat der Traktor einen riesigen Anhänger. Da kann man Heu und Getreide beladen. Und man kann ihn an die Heckkupplung hängen und wieder abnehmen. Und echt cool, der Anhänger hat eine Kippfunktion. Und die Wände sind abnehmbar. Ich habe hier jetzt den Kuh- und Kälberstall. Zum Set gehört ein Stall für die Kuh und eine Box für das Kälbchen. Im großen Stall steht natürlich eine Kuh und es sind viele Sachen zu entdecken, die man auch in echten Stellen wiederfindet. Beispielsweise eine Schaufel oder Mistgabel. Massagebürsten für die Kuh und natürlich der Futtertruck mit frischem Gras. Das Kälbchen steht in seiner Box, die mit einem Gatter gesichert ist. Und nebendran steht der Bauer mit der Schubkarre in den Händen und bringt frisches Futter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Produkte gibt es jetzt im Handel. Bis zum nächsten Mal. Euer Merlin. Tschüss. Tschüss.